Was ist passiert? Nicht weiter schlimm. Timms hatte bloß einen Temperamentsausbruch und wir haben es abbekommen. Ich habe es versucht. Ich wollte es ihm sagen. Ich weiß es. Du hast es wirklich versucht. Nicht mal das ist mir gelungen. Es gelingt mir einfach nichts. Nicht mal ein Geständnis. Lass doch, der Kerl ist ein Idiot. Es gibt noch andere, an die wir uns wenden können, Sophia. Was? Hast du nicht gesehen, wie er sich aufgeführt hat? Er wird mir das Leben zur Hölle machen. Du weißt doch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Er ist bösartig. Er hat in unserer Familie schon immer Schwierigkeiten gemacht. Er hasst uns. Er hasst alle Kerls. Für ihn ist das ein gefundenes Fressen. Riech dich ab, Sophia. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Ich sitze in der Klemme. Ich muss wählen zwischen zwei Wahnsinnigen. Ich befinde mich zwischen Thompson und Keith. Und beide sind sie gleich. Ich hole dir erst mal was zu trinken. Ein kleiner Brände, ja? Nein, bitte. Bitte, du darfst mich jetzt auf keinen Fall allein lassen, TJ. Na klar. Schön, wie du mich brauchst. Ich weiß keinen Ausweg. Es wird alles gut. Ich weiß nicht, wo ich hingehen könnte. Und ich habe auch keinen, der zu mir hält. Doch, das hast du. Ich wurde. Hier. Doch einfach nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. 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 Bitte nicht. Wieso? Bitte. Weil es nicht richtig ist und ich völlig verwirrt bin. Ich auch. Da geht es mir ebenso wie dir. Oh nein, TJ. Bitte nicht. Ich kann nicht.